Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deine Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, Leinen los und level up your life mit Folge 147 und dem Thema 2 Wege zu gigantischem finanziellen Erfolg. Herzlich Willkommen zum Durchstarter-Podcast, heute mit Folge Nummer 147 und dem Titel 2 Wege zu gigantischem finanziellem Reichtum. Yes, schön, dass du wieder mit dabei bist und ich weiß, ja, der eine oder andere sagt jetzt wieder, Damian, gigantischer finanzieller Reichtum, das ist aber wirklich überzogen. Naja, ist das wirklich wahr? Kannst du dir ganz sicher sein, dass das überzogen ist? Was wäre, wenn du außerhalb deiner persönlichen Box denken würdest, außerhalb dessen, was du gewohnt bist und dir die Frage stellen müsstest, hey, was muss ich denn eigentlich tun, damit ich nicht nur ein bisschen finanziell versorgt bin, sondern damit ich große finanzielle Reichtümer anhäufe, anschaffe. Das bessere Wort ist, kreiere. Wenn du nämlich kreierst, dann würdest du ja selbstbestimmt etwas in die Wege leiten, damit du diese Erfahrung machst, dass es auch für dich möglich ist, große finanzielle Reichtümer zu kreieren. War oder war? So und weißt du, wenn das für mich möglich war, dann müsste das für dich ja auch möglich sein. War oder war? Und wenn es viele, viele tausend Menschen vor dir geschafft haben, die es nicht geerbt haben, die nicht Glück hatten, sondern die sich haben trainieren lassen, die sich haben begleiten lassen, die dann ein Konzept erarbeitet haben, einen Plan hatten und dann etwas Großes geschaffen haben, um damit dann in der Folge finanziell frei zu sein und große finanzielle Reichtümer zu kreieren, dann sollte das doch auch irgendwie für dich möglich sein. War oder war? Vielleicht gibt es ja einen roten Faden, vielleicht gibt es ja ein Konzept, wie wäre denn das? Sag mal, oh ja, das wäre geil. Sehr gut. Also es gibt dieses Konzept und es gibt diese Konzepte, wie man ganz gezielt finanziellen Reichtum kreiert und dabei gibt es die zwei Wege, die du beachten musst, wenn du wirklich gigantischen finanziellen Reichtum kreieren willst. Und genau die beiden möchte ich dir hier heute in diesem Format erklären. Also spitz die Ohren, sei dabei und hör jetzt ganz genau zu. Du wirst finanziell außergewöhnlich frei werden, wenn du erstens gigantische Probleme für die Menschen löst oder und zweitens, wenn du viele Probleme für die Menschen gleichzeitig löst. Und jetzt solltest du zu dir selbst sagen, darüber sollte ich einmal nachdenken. Und weil das so wichtig ist, wiederhole ich das nochmal. Du wirst in dem Maß finanziell frei, indem du erstens riesige Probleme für andere Personen, für die Menschen löst. Oder alternativ und wie du, wenn du, so viele Probleme wie möglich gleichzeitig, also in der kürzestmöglichen Zeit für die Menschen löst. Ich mache dir dazu zwei Beispiele. Nehmen wir mal das Beispiel Nummer eins, das ist der absolute Experte für irgendetwas. Nehmen wir also an, Federal Express in den USA hat ein riesiges Logistikzentrum gebaut. Dieses Logistikzentrum läuft in Hochgeschwindigkeit und immer wenn irgendetwas in diesem Logistikzentrum nicht funktioniert und dieses Zentrum eine Minute still steht, kostet es das Unternehmen eine Million US-Dollar. Jetzt gibt es diesen rabenschwarzen Tag, mit dem jedes Unternehmen irgendwann einmal Bekanntschaft machen wird, nämlich dem Tag, da gibt es einen Totalausfall. Und keiner weiß, woran liegt es. Jetzt kommt der Spezialist, der dieses Logistikzentrum geplant hat. Jemand, der schon über 40 Jahre in der Branche ist, der schon viele solcher Logistikzentren geplant hat, der mit der Technik vertraut ist, der sich ganz genau auskennt. Diese Person stellt sich in die Mitte einer großen Halle, guckt sich um, zieht an ein paar Kabeln, bewegt ein paar Stecker, schraubt eine Dose auf, verändert zwei Pole eines Kabels in dieser Dose und das Zentrum springt wieder an. Federal Express kann wieder produzieren. Vier Wochen später bekommt der CEO, der Chef von Federal Express eine Rechnung. Über 3,8 Millionen Euro für fünf Minuten Arbeitszeit. Und der Ingenieur, der Berater, wird selbstverständlich sofort ins Unternehmen einbestellt und ihm wird die Frage gestellt, sagen Sie mal, für fünf Minuten ist das nicht ein bisschen überzogen? Und die Antwort lautet ungefähr wie folgt. Die fünf Minuten sind die Zeit, die ich aufgewandt habe, das Thema zu lösen. Die 40 Jahre stelle ich in Rechnung, die ich gebraucht habe, um Ihnen zu ermöglichen, den Fehler in nur fünf Minuten zu beheben. Diese Person hat also 40 Jahre Erfahrung, 40 Jahre Kompetenz in genau diesen Strukturen, in genau dieser Technik und war aufgrund seines absoluten Expertenstatus und seiner Erfahrung in der Lage, ein gigantisches Problem für Federal Express innerhalb nur ganz kurzer Zeit zu lösen. Auf diese Antwort musste der damalige CEO schmunzeln und hat gesagt, ja, sie haben sich sehr wohl dieses Honorar redlich verdient. Also es gab gar keine weitere Diskussion darum, denn fünf Minuten Stillstand bedeuten bei Federal Express eben fünf Millionen Umsatzausfall. Darüber solltest du jetzt mal nachdenken. Stell dir jetzt mal die Frage, was könntest denn du tun, um in einem Bereich, in dem du unterwegs bist, der absolute Experte zu werden? Machen wir weiter. Es gibt einen Coach, einen Trainer, der heißt Tony Robbins in den USA. Diese Person ist auf 16 Monate ausgebucht oder sogar auf 18 Monate und hat einen Tagessatz von einer Million US-Dollar. Jetzt sagst du vielleicht, naja, wer ist so verrückt, einen Coach zu engagieren, der eine Million US-Dollar als Tagesgage nimmt? Da können wir nicht nur antworten, okay, anscheinend gibt es genug Unternehmen und Menschen, die das machen, die es sich selbst wert sind, von dem absolut besten weltweit in diesem Bereich zu lernen. Warum? Das ist jemand, der so darin trainiert, außerhalb der Box zu denken, dass er eben in ganz kurzer Zeit ganz außergewöhnliche Dinge erdenken und kreieren kann, auf die die Unternehmensinhaber, die er meistens berät, gar nicht von alleine kommen. Also absoluter Experte. Das ist der Bereich, du löst ein gigantisches Problem in kurzer Zeit für die Menschen und wirst dafür dann, weil dieses Problem so groß ist im Leben dieser anderen Menschen, herausragend bezahlt. Das bedeutet, es gibt große finanzielle Ströme in deine Richtung. Jetzt gucken wir uns mal den anderen Bereich an. Viele kleine Probleme gleichzeitig für so viele Menschen wie möglich in der kürzestmöglichen Zeit lösen. Wahrscheinlich kennst du ein Unternehmen, das das macht. Das ist zum Beispiel die Gebrüder Albrecht, das Unternehmen Aldi. Die lösen durch das Zurverfügung stellen von, wie sie selbst sagen, Qualitätsware zu dem bestmöglichen Preis das Problem von vielen tausend, ja sogar Millionen von Menschen tagtäglich. Wahr oder wahr? Bei jedem einzelnen Umsatz, den sie machen mit den Menschen ist der Gewinn zwar sehr klein, doch dadurch, dass sie diesen Umsatz, diesen Gewinn mit ganz, ganz vielen Menschen gleichzeitig und zwar in kurzer Zeit machen, gibt es riesige Kapitalströme in ihre Richtung. Kannst du das nachvollziehen? Und genau dieses Prinzip habe auch ich mir in der Unternehmensentwicklung und Beratung zunutze gemacht, als ich damals angefangen habe mit diesen außergewöhnlichen Veränderungstechniken, die ich kennenlernen durfte, um den Selbstwert aufzulösen, also um die eigene Wertlosigkeit aufzulösen und Selbstwert zu erschaffen. Oder solche Dinge, wie man Allergien transformiert, wie man die Selbstheilungskräfte des Körpers reaktiviert, so Veränderungssachen eben. Und es war bei mir damals so, als wir angefangen haben im Jahr 2010, 2011, dass da auf einmal ganz viele Menschen da waren, die einen Termin haben wollten, weil diese Dinge so unfassbar gut funktioniert haben. Und der Terminkalender war voll, manchmal zehn Coachings, manchmal zwölf pro Tag und ich war abends total kaputt und habe mir irgendwann die Frage gestellt, ey Damian, wo soll das hinführen? Ich kann jetzt die Preise anfangen zu erhöhen und ich war auch auf über zwölf Monate ausgewohlt, es gab gar keinen Termin letztendlich mehr bei mir. Da sie so, naja, das kann ja auch nicht das Ende sein, ich will ja viel mehr Menschen helfen. Und dann habe ich den Entschluss damals getroffen zu sagen, ey, warum denn eigentlich nur mit einer Person zur selben Zeit arbeiten und nicht mit vielen gleichzeitig und die Probleme und die Themen von vielen Menschen gleichzeitig komplett aufzulösen, dann würde ich in der gleichen Zeit, die ich arbeite, die ich überhaupt zur Verfügung stehe, vielleicht das Leben Tausender bewegen und nicht nur das Leben einiger weniger. Und dann dachte ich mir so, wow, ja, das ist es, das ist auch das, was ich will. Mein Beitrag im Leben soll sein, dass ich diese Inspiration, dieses, hey, jeder kann selbstbestimmt das Leben kreieren, von dem er schon immer geträumt hat, in das Leben von so vielen Menschen wie möglich hineintrage. Und deswegen haben wir dann im Jahr 2016 angefangen, unser Level Up Your Life Projekt vorzubereiten, das 2017 das allererste Mal stattgefunden hat, damals mit tausend Menschen. Und seitdem geht es nur noch in die Größe. Es werden immer mehr Menschen, weil immer mehr Menschen merken, hey, wenn ich zu Damian gehe und mit dem zwei Tage verbringe, verändert sich mein ganzes Leben. Ich habe ein neues Mindset. Ich verstehe, wie glückliche Beziehungen funktionieren. Ich verstehe, wie ich mehr Energie in meinen Körper reinhole. Und ich verstehe, wie ich meine Selbstheilungskräfte reaktiviere. Und ich verstehe, wie ich selbstbestimmt Vermögen, Reichtum und Erfolg einfach kreieren kann. Und zwar auf eine Art und Weise, die dem Großen Ganzen dient. Und nicht, weil ich irgendjemandem irgendetwas wegnehmen muss, sondern weil ich dem Großen Ganzen ein Diener bin. Und genau das ist es. Was funktioniert? Genau das ist es, was die Grundlage dieser beiden Strategien ist. Den Menschen zu dienen und auf der einen Seite eben größere Probleme zu lösen für andere Menschen und auf der anderen Seite viele kleine Probleme in der kürzestmöglichen Zeit. Und was mache ich, wenn ich also ein Wochenende habe und da sitzen tausend Menschen mit mir zusammen, die ihr Leben verändern? Dann sind es an einem Wochenende in 20 Stunden Training vielleicht tausend, vielleicht zweitausend Menschen, die die richtigen Impulse bekommen, um hinterher etwas in ihrem Leben komplett zu verändern. Ist das ein gutes Konzept? Und wenn dir das gefällt und wenn du jetzt eine Inspiration dazu für dich finden kannst, umso besser. Damit du die finden kannst, stell dir die Frage, bist du eher die Person, die größere Probleme vielleicht für deinen Chef, vielleicht für dein Unternehmen lösen kann? Oder vielleicht sagst du auch, naja, wenn ich große Probleme für Menschen lösen will, ja, ich habe da diese Fähigkeiten, doch dann müsste ich mal anfangen, mich herauszulösen aus meinem Laufrad und rein in die Selbstständigkeit, rein in das Unternehmertum. Dann mach das, warte damit nicht lange, sondern mach das. Wenn du sagst, ja, ich mache es irgendwann, wird es niemals, mach es jetzt. Oder du bist vielleicht die Person, die sagt, naja, ich bin eigentlich eher derjenige oder diejenige, die viele Probleme gleichzeitig löst, für andere Menschen in kurzer Zeit. Dann überleg dir, wie kannst du das in deinem Rahmen, in dem du jetzt sowieso schon arbeitest, wirkst, auf eine so geschickte Art und Weise machen, dass viel mehr zu dir zurückfließt. Oder aber, vielleicht ist das die bessere Frage, was musst du tun, um es für dich zu machen, auf eigene Rechnung, in einer Selbstständigkeit oder als Unternehmer, indem du dich ganz nebenbei mit ein paar Stunden in der Woche aus dem herauslöst, was du im Moment tust und anfängst, dein eigenes Ding aufzubauen, um noch mehr Menschen auf eine so dienliche Art und Weise im Leben zur Verfügung zu stellen, dass ganz große Reichtümer in deine Richtung fließen können. Ich hoffe und wünsche mir, dass das eine große Inspiration für dich war, dass es dir gefallen hat, dass es ein paar Momente gab hier in dieser Folge, von denen du sagst, okay, das habe ich verstanden. Ja, das gilt auch für mich, ja, das kann ich umsetzen. Wenn das so ist, lass es mich wissen, dann freue ich mich wie ein Schneekönig. Und ansonsten, wenn du meinst, es gibt dort Menschen in deiner Umgebung, die von dieser Podcast-Folge profitieren können, dann sei doch so nett und leite denen den Link einfach weiter. Dann trägst du nämlich diesen Impuls, den ich gerade an dich gebe, auch einfach weiter das Leben vieler anderer Menschen. So dienen wir gemeinsam ein Stück weit dem Großen und Ganzen. Danke für heute. Mach's einfach, denn du bist viel grösser, als du denkst. Das war der Damian und ich freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Ich war auf dem Level Up Your Life Event dabei. Für mich hat sich geändert, dass ich nichts mehr rauche seit diesem Wochenende. Wie verhext, das ist einfach, der Drang zu rauchen ist wie weg. Ich war sehr gespannt und du hast alle meine Erwartungen übertroffen. Also das war wieder eine Steigerung von dem FER und von allem, was ich bis jetzt besucht habe. Sehr, sehr viele Sachen, also das Leben hat sich auf den Kopf gestellt, sehr positiv. Das tut so gut, das ist so eine ganz einzigartige Liebe und so eine Wärme. Ich grüße Menschen auf der Straße und lächle sie an und bin total selbstbewusst. Und ja, das habe ich vor dem Event noch nicht so stark gemacht, wie es jetzt ist. Und ich freue mich wieder aufs nächste Mal. Sei du es dir selbst wert und sichere dir deinen Platz beim nächsten Live Event mit Damian Richter unter www.damian-richter.com Wir freuen uns auf dich und glauben an dich. Und denk dran, mach es einfach, denn du bist größer als du denkst.